Hallo ihr Lieben, das ist ein Video wieder über einen sehr alten Gedanken. Der Grundgedanke dieses Videos ist eigentlich sehr banal. Wenn wir nämlich mit unserer eigenen Gewaltneigung umgehen wollen, also mit der menschlichen Gewaltneigung und Gewalttendenz, dann ist die Frage, was steht denn auf der anderen Seite? Also was kann unsere Gewaltneigung eindämmen? Und wenn man so fragt, ist eigentlich relativ schnell klar, dass es nicht wiederum Gewalt sein kann, mit der Gewalt eingedämmt wird. Wenn man aber sozusagen politisch hinschaut, ist es ziemlich genau das, was wir tun. Und das ist, ich würde sagen, wirklich ein menschliches Versagen, also ein Versagen der Menschheit, dass wir bisher es eigentlich nicht hingekriegt haben, unserer eigenen Gewaltneigung etwas anderes als wiederum Gewalt entgegenzusetzen. Zum Beispiel in der Form von Militär oder Polizei. Also wir reden ja auch von Staatsgewalt und das ist auch in meinen Begriffen eine korrekte Redeweise. Es ist richtig, dass es Gewalt ist, es ist halt rechtlich legitimierte Gewalt. Aber aus Gründen, auf die ich hier nochmal eingehen will, kann das eigentlich nicht die Antwort sein. Und dann ist aber die Frage, was steht denn auf der anderen Seite? Was ist denn das eigentliche Gegenmittel, das nicht selbst Gewalt ist, mit der wir unserer eigenen Gewaltneigung entgegenwirken können? Was hilft wirksam gegen Gewalt, wenn nicht wiederum Gewalt? Das ist eine systematische Frage und das ist vielleicht auch wirklich eine Frage für Philosophen, obwohl ich Philosophen nicht mag. Ich weiß es nicht. Ich bin da halt vorbelastet. So, und da gibt es zwei Dinge erstmal, wo man sagen kann, Gewalt hat eine starke Eigendynamik. Also Gewalt, kann man sagen, hat einen Ansteckungseffekt oft und sei ja auch noch so indirekt. Das heißt, ein Mensch, dem Gewalt angetan wurde, kann unter Umständen, natürlich passiert das nicht immer, aber kann indirekt, ich sage mal, es ist noch etwas abstrakter, kann indirekte Struktur entstehen, aus der wiederum neue Gewalt oder sogar noch mehr Gewalt hinvorgeht. Also Gewalt füttert neue Gewalt. Dafür gibt es Gründe und das ist aber eben für sozusagen, wenn wir, was sagen wir, Gegenbegriff ist Abwesenheit von Gewalt, nennen wir es jetzt mal vereinfachen Frieden. Dann können wir sagen, Frieden hat nicht den gleichen Ansteckungseffekt wie Gewalt. Also Gewalt ist ansteckender als Frieden. Und eben, man könnte sagen, die beiden Strukturen, wenn man wirklich in Strukturen denkt, spielen eben da nicht auf Augenhöhe, wenn wir über Ausbreitungseffekte gehen. Das heißt, eine Gewalttat zieht sehr leicht weitere Gewalttaten nach sich, aber eine Friedenstat oder eine friedliche Interaktion, in der es keine Gewalt gibt, zieht nicht automatisch weitere friedliche Interaktionen nach sich. Und das ist eben das Grundproblem, dass man eben unserer Gewaltneigung etwas Wirksames entgegensetzen muss, dass man auch nicht einfach nichts machen kann, denn dann bricht sich diese Eigentendenz zur Gewaltbahn. Und eben, wenn wir halt wirklich, wirklich friedlicher werden wollen, also praktisch das reale Gewaltniveau der Menschheit geht wirklich nach unten und auch stabil nach unten, dann müssen wir uns wirklich überlegen, was kann denn auf der anderen Seite stehen? Also was ist denn das, mit was wir uns selber runterbringen, mit unseren eigenen Gewalttendenzen? Das ist so das eine. Und das zweite ist, glaube ich, noch schwerer ausdrückbar, warum das nicht funktionieren kann mit der Gegengewalt. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass, wie soll man sagen, in Gewaltformen wir eigentlich immer den Menschen verfielen. Das hat auch sehr viel mit der Struktur von Macht zu tun. Ich habe ja diesen Machtbegriff, den ich mir geklaut habe, beim Beziehungstheoretiker und Beziehungspraktiker Thomas Gordon, der eben sagt, Macht ist eigentlich die Fähigkeit, einseitig belohnen und zu bestrafen und damit den anderen zu einem Verhalten zu bringen, das er nicht von sich aus zeigen würde. Das ist Macht. Das ist eine sehr technische, sehr einfache Definition. Ich finde die auch sehr alltagstauglich. Also wenn wir in unserem Alltag auf Machtphänomene schauen, dann hat das immer diese Belohnungsbestrafungsmöglichkeit, einseitige. Also ich kann dich mehr belohnen, bestrafen, als du mich belohnen, bestrafen kannst. Das ist Macht. Und wenn wir also das haben, dann haben wir also eine Grundtendenz, auf die immer wieder Theoretiker verweisen. Zum Beispiel habe ich es eben auch bei David Gräber gefunden, dem verstorbenen Anthropologen, der eben sagt, wenn du Macht ausüben kannst, dann ist es die Neigung von uns, sich nicht mehr mit den Menschen auseinanderzusetzen, immer da, weil es sehr verführerisch ist. Also sozusagen Belohnen und Bestrafen und Ausübung von Macht, Zwang und Gewalt ist deswegen verführerisch, weil sozusagen wir erzielen Wirkungen auf den anderen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also mittels Belohnen und Bestrafen kann man real uns zu anderem Verhalten bringen. Wenn man halt genügend starke Mittel, also ausreichend starke Reize, Belohnungsreize oder Bestrafungsreize setzt, das funktioniert. Aber es macht uns geneigt, am Menschen vorbeizugehen. Und unsere Neigung, am Menschen vorbeizugehen, ist ohnehin in unserer Gesellschaft verdammt groß, weil wir so viele sind. Also sich nicht mit Menschen auseinanderzusetzen, da wir so viele Menschen sind, ist sowieso unser Grundzustand. Wir sind so viele Menschen da im Leben, jedes Menschen passiert jede Sekunde so viel, dass wenn wir über Macht verfügen, wir automatisch uns entlasten und nicht mehr so genau hinschauen und auch gar nicht mehr uns mit dem anderen auseinandersetzen, weil wir können ja jetzt anders auf ihn einwirken, nämlich mittels Gewalt, Zwang und was auch immer. Und insofern hat Gewalt die Möglichkeit der Gewalt, die Tendenz, das noch zu verstärken, also unser eigenes Nicht-in-Beziehung-Sein. Dazu habe ich eine private Ansicht, wo ich immer nicht weiß, ob ich die Öffentlichkeit öffentlich so auswalzen will, weil sie ist so leicht missverstehbar. Also es ist wahnsinnig schwer, über sie so zu sprechen, dass ich das so transportiere, dass wirklich das getroffen wird, was ich meine und nicht automatisch was anderes gemeint ist, was ich nicht meine und wo ich mich dann immer missverstanden fühlen würde. Ich sage mal so, wir kennen ja auch zum Beispiel das Thema schützende Gewalt, also gerade im Umgang mit Kindern. Also was ein klassisches Beispiel wäre, das Kind droht auf die Straße zu laufen, ist noch nicht so in dem Zustand, wo Kinder selber achtsam sind und mitkriegen und diesen Rundumblick haben und so. Und dann hält man das Kind fest, weil es jetzt, keine Ahnung, dem Ball nachrennen würde. Und das Festhalten ist halt auch Form von Gewalt. Da würden ja viele schon sagen, oh so, keine Gewalt. Aber du hältst das Kind fest, das Kind würde losrennen. Du bist stärker als das Kind. Du hältst es fest, natürlich ist das Gewalt. Und das ist die schützende Gewalt, wo man das den anderen davor bewahrt. So, warum ist das unproblematisch? Das ist unproblematisch dann, wenn wir in Beziehung sind, in einer wohlwollenden Beziehung, wo ich das Kind einschätzen kann und wo das Kind auch mich einschätzen kann. Und das nimmt mir das Kind in der Regel dann zumindest, vielleicht in der Situation, aber nicht nachhaltig übel, dass ich es festgehalten habe. Und zwar nicht, weil es eben einer Identifikation mit dem Aggressor liegt, einem Stockholm-Syndrom, einem Täter-Introjekt, ja, weil es von mir abhängig ist und beständig von mir abhängig ist und es gar nicht anders kann, als mich gut zu finden, weil wenn es mich nicht gut finden würde, hat es so gewaltige Probleme, ganz unmittelbarer Art und auch psychische Probleme, dass es sich lieber mit dem Aggressor identifiziert. Das gibt es auch. Nein, wir sind in einer wirklich guten Beziehung und wenn wir in einer wirklich guten Beziehung sind, werden viele Dinge als nicht so problematisch erlebt, wenn diese Beziehung gar nicht da ist. Das heißt, meine private Ansicht ist, das Entscheidende ist die Beziehungsqualität. Und in einer Beziehung, die wirklich gut ist und wirklich stabil ist, können sehr viel schwerer Dinge passieren, die als verletzend erlebt werden, als in einer Beziehung, die praktisch nicht in der Hand ist. Und dann ist eben die Frage, haben wir heute so gute Beziehungen, auch in unseren Familien, auch in unseren, ja, privatesten Verhältnissen? Und da wäre meine Antwort in der Regel oft nicht, ja. Die Beziehungsqualität unserer Gesellschaft ist einfach unterirdisch. Das wäre das, woran wir arbeiten müssten. Und dann kommen wir eben jetzt auch zu meiner Antwort auf die Frage, auf die ich schon vor Jahren gekommen bin. Was ist das andere der Gewalt? Und das andere der Gewalt ist tatsächlich Beziehung oder Beziehungsqualität. Ja, gutes miteinander Kontakt sein, was unglaublich aufwendig ist. Und das erklärt dann auch relativ schnell und einfach das extrem hohe, dauerhaft hohe Gewaltniveau nach wie vor in unseren heutigen menschlichen Gesellschaften. Und das ist einfach so, der andere Weg, also der, wie man es nennen will, beziehungsorientierte oder bedürfnisorientierte Weg ist unglaublich aufwendig und Reichweiten begrenzt. Was heißt Reichweiten begrenzt? Du kannst auf einen Menschen mittels Belohnen und Bestrafen, das heißt mittels Macht, aus der Ferne sehr gut einwirken. Das heißt, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwas, ein Wladimir Putin, der politische Gegner umbringen lässt, vergiften lässt, muss nicht mit persönlichen Kontakt mit ihnen stehen. Würde er aber ein gutes Verhältnis mit ihnen aufbauen würden, müsste er diesen Menschen mich persönlich begegnen und er könnte das nicht mit sehr vielen Menschen machen. Das ist eben die Asymmetrie. Also nochmal, das Gute und das Schlechte in der zwischenmenschlichen Welt, im Sozialen, spielen nicht auf Augenhöhe. Das Gute ist extrem begrenzt, von seiner Reichweite extrem aufwendig. Das Schlechte ist nicht reichweitenbegrenzt und extrem effizient. Deswegen machen wir es die ganze Zeit scheiße. Weil das Schlechte ist der billige Weg und so unendlich viel billigere Weg, dass wir ihn beständig wählen. Er ist halt unglaublich verführerisch. Und der andere Weg, also der bessere Weg, miteinander umzugehen, wäre unglaublich aufwendig. Und deswegen machen wir es nicht. Und das ist unser Problem. Also ein gutes menschliches Zusammenleben würde unglaublich viele Ressourcen verschlingen, die wir nicht bereit sind, aufzuwenden, weil wir sie lieber für andere Dinge aufwenden. Und Ressourcen, das ist die Natur von Ressourcen, wenn sie einmal verbraucht sind, sind sie verbraucht, wenn sie jetzt keine Nachwachsenden sind. Du kannst halt Geld einmal ausgeben, du kannst Zeit einmal verwenden, wenn du es dafür auch verwendet hast, ist sie weg. Das sind irreversible Investitionen. Und das spielt eine Rolle bei dieser Thematik. Und das andere der Gewalt wäre ein dichteres Beziehungsnetz, das wir spinnen müssten und also auch eine Zeit, die wir uns nehmen, wo wir nicht uns auf Quality Time rausreden können, sondern wir müssen da sein und wir müssen so auf eine Art da sein, dass wir in gutem Kontakt stehen und mitkriegen, was ist beim anderen und dann können wir gut reagieren und dann können wir auch gut antizipieren, dann können wir gut vorausschauend handeln, dann entstehen viele hochdramatische Situationen gar nicht erst, weil wir schon frühzeitig gegensteuern können, weil wir die Situation verstanden und erkannt haben, weil wir uns vielleicht auch gemeinsam einen Rahmen gegeben haben, in denen Verletzungen nicht so leicht passieren, in denen Gewalt dann gar nicht mehr nötig ist, weil wir sind nah genug dran. Und insofern würde ich sagen, gewalttätige Lösungen sind Verzweiflungsgeschichten, letztlich, wenn man sie rein strukturell betrachtet. Natürlich gibt es auch eine Lust an der Gewalt, keine Frage, das gibt es auch. Bei einigen von uns ausgeprägter als bei anderen, aber sie ist da, sie lässt sich nicht leugnen. Aber letztlich rein strukturell betrachtet ist sozusagen, wenn man dann auch die negativen Folgen, die Gewalt verhalten hat, das kommt ja in der Regel zu einem zurück und wenn man das also dann mit einpreist, kann man sagen, strukturell, weil es kommt die ganze Zeit zurück und wir machen ja trotzdem weiter mit diesem Gewaltniveau, das wir haben, ist es eine Verzweiflung. Also Leute, die gewalttätig mit anderen Menschen umgehen, wissen sich nicht anders zu helfen. Und damit das aber nicht so ist, damit sie also nicht in dieser kompletten dauerhaften Überforderung sind, müssten wir mit Ressourcen wiederum ganz anders umgehen, als wir es tun. Wir müssten ganz andere Ressourcen stellen wieder, das ist teuer. Also hat gesagt, eine gute Gesellschaft, in der Menschen beständig gut miteinander umgehen, ist unglaublich teuer. Nicht einfach zum Nullpreis zu haben. Und Gewalt ist halt die einfache Lösung. Ich gebe so dieses Belohnungsding oder Bestrafungsding, aufwärtig scheinbar so, einmal draufgehauen, dann hat es so eine Strahlwirkung, die anderen kriegen das mit, man muss nur einen bestrafen, die anderen antizipieren das da schon, stellen sich darauf ein, sagen, ich möchte nicht auch so bestraft werden, ich muss nur Exempel statuieren. Und Belohnungen genauso. Da hat einer mal im Lotto gewonnen, also könnte es mal ja auch sein, Millionen von Leuten gewinnen nicht im Lotto oder nicht so viel, aber weil einer mal gewonnen hat, ist der Dauerreiz da. Ja, so. Irgendwie so. Und das hat einen Strahleffekt. Macht hat einen Strahleffekt. Gewalt hat einen Strahleffekt. Und halt gute Beziehung halt nicht. Gute Beziehung ist tägliches, ja, es sind die Mühen der Ebene, wenn man so will. Es sind auch die, darf man auch nicht leugnen, auch die Lust der Ebene gibt es schon auch. Also gute Beziehungen machen schon auch verdammt viel Spaß. Ja, der Humor, der da möglich ist, die Leichtigkeit, auch das lustvolle Grenzüberschreiten, was aber immer in einer Achtsamkeit geschieht, weil man weiß, wo der andere wirklich ist und man weiß, wann es eine Verletzung ist und wann es keine ist, weil man so eng gekoppelt ist, dass man das mitkriegt, was man jetzt diesem Menschen besser nicht sagt oder mit diesem Menschen halt besser nicht macht. Das ist halt sehr, sehr individuell und auch sehr, sehr situativ. Und da muss man aber auch ein Gespür von dem anderen Individuum und auch für sich selber haben und auch für die Situation und das ist aufwendig. Gute Beziehungen sind aufwendig und diesen Aufwand bringen wir nicht und stattdessen greifen wir dann zu Belohnen und Bestrafen und zu Gewalt. Und ja, wollten wir das anders haben, wäre, komme ich wieder aufs Gleiche, eine Demokratie, die halt ein anderes Beziehungsnetz zwischen uns stiftet als bislang, indem sie eben das demokratische Losverfahren und geloste Bürgerversammlungen ganz gezielt nutzt, als konkrete Form der neuartigen Miteinander, ja, Vernetztheit oder neuartige Form des Aufeinanderbezogenseins und unprätentiöser, unverquaster, da kann ich es irgendwie nicht sagen, einfacher kriege ich es nicht hin. Also, wir kommen halt neuartig miteinander in Kontakt als Gesellschaft, wenn wir halt auf Demokratie antiken Typs, also auf das Losverfahren setzen. Das hat eine gute Chance, einen anderen Geist so insgesamt in unser Leben zu bringen. Das ist natürlich auch ein ungedeckter Scheck, solange wir es nicht machen, aber es ist so das Beste, was ich kenne, das Vielversprechendste, was ich kenne, was uns dahin führen könnte, auch im Alltag ein besseres Miteinander zu ermöglichen. Also auch eins, wo wir nicht so überfordert davon sind, von diesem Imperativ, aber wir sollen irgendwie achtsam an andere Menschen rangehen und wir sollen uns Zeit nehmen und wir sollen, wir sollen, wir sollen, wir sollen, wir sollen, wir sollen und wir sind eh schon überfordert und jetzt sollen wir auch nochmal ganz viel. Da wäre ich immer vorsichtig, ja. Ich sehe uns alle als strukturell überforderte Wesen und das nicht ausnahmsweise, sondern die ganze Zeit und strukturell überforderten Wesen darf man nicht mit Imperativen kommen. Machen wir aber die ganze Zeit, auch ich, ja. Du sollst aber x tun, ja. Und was die Leute alles schon bringen im Alltag, was jeder Mensch schon jeden Tag leistet, wird gar nicht gesehen. Da wird so getan, als wären die Menschen irgendwie übervolle Batterien, die man jetzt noch anzapfen kann oder kann man noch was drauflegen und da geht immer noch mehr. Nee, die meisten sind schon over the edge, die sind schon drüber, ja, die haben schon mehr gegeben, als sie eigentlich geben konnten, ja. Die sind alle so auf dem Weg zum Burnout, manche schnelle, manche langsamer, aber viele, die allermeisten Menschen sind so auf ihrem Weg zu ihrem ganz persönlichen Burnout, weil sie halt einfach mehr Energie geben, als zurückkommt, als zurückfließt, zumindest emotional und so sind halt die Strukturen. Jo. Was will man machen außer Demokratie? Aber das sind wie gesagt meine persönlichen Meinungen, meine persönlichen Ansichten. Mich würde interessieren, was ist unsere Lösung außer noch mehr Gewalt? Also jetzt ganz banal, was mal ganz platt, ja. Wenn du da eine Rotte hast von sich zusammenrottenden Menschen, die gewaltbereit sind, was setzt du dem entgegen? Und der beste Einfall, auf den wir bisher gekommen sind und das nenne ich eben Versagen der Menschheit, ist eine andere Gruppe sich zusammenrottender Menschen, die entweder mehr sind, noch gewaltbereiter sind oder mit noch stärkeren Waffen und Gewaltmitteln ausgesetzt sind. Also unser Mittel gegen Gewalt ist gegen Gewalt, noch stärkere Gewalt. Die Art, wie wir unsere Vorstellung davon, wie wir unserer eigenen Gewaltneigung her werden, ist, strukturell betrachtet, andere Gewalt, mehr Gewalt, richtigere Gewalt. Und das ist, hat gesagt, und das sage ich jetzt bewusst als Philosoph, armselig. Unsere Antwort auf unsere eigene Gewaltneigung ist armselig geblieben und das ist, was ich als, ja weiß ich nicht, antropisches Versagen bezeichnen würde, Versagen der Menschheit als ganzer. Ja, aber es gibt bessere Arten. Es ist besseres denkbar, es ist besseres machbar und vereinzelt wird es auch schon praktiziert, wo Leute mit einem Minimum oder sogar gar keiner Gewalt auskommen, wo andere Menschen sagen, das geht doch gar nicht. Ja, ohne Gewalt geht's doch nicht. Ja, das ist, weiß ich nicht, fantasielos, wieso, oder wie kann man das sonst beschimpfen und hilft beschimpfen überhaupt was und es wird halt auch unterschätzt, welche Folgen Gewalt hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viel Gewalt ihr erlebt habt, ich gehe davon aus, jeder Mensch erlebt im Leben ziemlich viel Gewalt, ja, Gewalt ist so alltäglich, gerade wie viel Gewalt Kindern ausgesetzt sind. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns gewaltfrei durchkommt. Würde mich zumindest überraschen. So, ähm, und, und naja, welche Folgen das hat, ja, und auch dieses ganze, ähm, missbe, missbehandelt werden, ja, also, wo eigentlich aus Missverständnissen heraus Gewalt ausgeübt wird, weil nur, weil halt jemand Macht hat, weil jemand stärker ist, weil jemand selber überlastet ist, der aber halt stärker ist oder eben Gewaltmittel auf seiner Seite hat, wie viele Menschen einfach aus purem Missverstandensein wirklich schlecht behandelt werden, das ist schon systemisch und dann aber stellen sich die Leute darauf ein und antworten auch darauf, das ist ja nicht statisch, Menschen sind nicht statisch, wie uns begegnet wird, das arbeitet weiter und Leute entwickeln Coping-Strategien, Antwortstrategien darauf, was ihnen entgegentritt, wie mit ihnen umgegangen wird und in der Regel ist das gezeigte Verhalten von uns allen immer schon angepasst an das, was wir erlebt haben, ja, immer schon Antwort ist nie aus dem Nichts im luftleeren sozialen Raum entstanden, sondern eben als Ergebnis von Interaktionserfahrungen, ja, und all die üblen Muster, die wir alle mit uns rumtragen, all die blöden Reflexe sind schon Antworten auf Dinge, die wir erlebt haben, ja, und ja, das wäre halt, wenn wir eine Gesellschaft, die es hinkriegt, bessere Beziehungsqualität auszubilden, höchstwahrscheinlich sehr anders, ja, auch unsere eigenen Muster wären anders, also etwas wieder pathetisch, wir wären andere Menschen, auf der Grundlage des gleichen Genoms, also biologisch sind wir nicht anders, aber sozusagen, wir wären trotzdem andere Menschen in einer Gesellschaft, die auf Beziehungsqualität so viel Wert legt, dass sie da investiert, dass sie das, also wahrnimmt, es ist teuer und wir machen es trotzdem, weil es ist es wert, ja, das wäre eine andere Gesellschaft, die wir haben, unsere Gesellschaft setzt auf Effizienz und Gewalt, Zwang, Macht, Belohnen und Bestrafen ist effizient, das ist wirksam und kostet nicht viel, der wahre Preis, also die versteckten Kosten, die Folge und Folgefolgekosten sind da nicht eingepreist, aber unmittelbar ist Gewalt leider entlastend und deswegen spielen Gewalt und das andere der Gewalt eben Beziehungsqualität nicht auf Augenhöhe und genau deswegen würde ich sagen, sieht unsere Welt leider so aus, wie sie faktisch aussieht, ja, beschissen. So zumindest erlebe ich es, so zumindest reime ich es mir zusammen. Ceterum Censio, Isonomiam Essesortiendam, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politi gelost werden muss.